Musik Herzlich Willkommen bei Fliegeln. Heute geht es um den TWP Standard. Und den schauen wir uns jetzt an. Der Luftkessel hat ein Volumen von 208 Liter mit genügend Luft für 5 Hubgänge am Stück. Wartungsfreundlich und perfekt verlegt in geführte, farbige Leitungen. Perfekt montierter Seitenanforschutz für eine optimale Nutzung in der Praxis. Die Anbauteile sind geschützt angebracht. An diesem Fahrzeug sind serienmäßig vier Einweiserrollen montiert. Optional gibt es dieses Fahrzeug auch mit sechs Einweiserrollen. Hier sehen wir den verstellbaren Zugkolben für unterschiedliche Wechselbrückengrößen. Optional Anschlag für Wechselbrücken zum werkzeuglosen Ändern der Länge. Die Fahrhöhe bei diesem Fahrzeug beträgt 1260 mm, die Abstellhöhe 1220 mm bis 1320 mm und die Hubhöhe 1180 mm bis 1380 mm. Das Leergewicht bei diesem Fahrzeug beträgt nur 3,0 Tonnen. So, das war es schon wieder. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.